Mein Körper sagt das auch, Mann, du hast ja keine Ahnung, wie ich dich brauch. Mama Mia, Mama Mia, zu mich hast du gerade erfüllt. Da gehe ich gar nicht, gar nicht zu, wie soll das weitergebracht nun? Mama Mia, Mama Mia, du bist wie ein Teil von mir. Ich kann da wirklich nicht so fühlen, fühl mich halt einfach bei dir. Sie hat den Krach wie zwei, was ist das schon dabei? Das kann doch mal passieren. Ich weiß, das war nicht stolz, doch ich hab dich gewollt, dass wir uns verlieren. Das alles ist schon mehr, als eine Woche her. Und langsam wird's mir feinlich. Was hab ich da gemacht? Du fällst mir Tag und Nacht, gefällt mir ganz unheimlich. Ein Licht, am besten treff ich und sag dir, was ist. Dann schieb ich einen Blick und setz uns zurück. Du gehst von mir zu dir.